Will ich es wissen? Ich suche ein Mädchen. Sie arbeitet in der Streichholzfabrik. Enola Holmes. Sie ist Detektive. Sieht aus, als würde ein Windstoß sie umwehen. Sie hat etwas herausgefunden, das mächtige Menschen verstecken wollen. Und es ist tödlich. Sherlock, wieso bist du hier? Ist es mein Fall oder deiner? Beides. Anscheinend hängen unsere Fälle zusammen. Das Spiel fängt wieder an. Bereicherung, Erpressung, Korruption. Ich fürchte, sie hat sich mit den falschen Leuten angelegt. Misha, halten Sie! Mädchen wie du sind so fein für diesen Kampf. Fein oder nicht, wenn ich eins kann, dann ist es Kämpfen. Sie macht für ihr Leben gern Krawall, nicht wahr? Du musst nicht versuchen, dich zu beweisen, Enola. Aber es ist wichtig. Ich weiß, wie es ist, allein zu sein, ignoriert zu werden. Diese Mädchen haben sonst niemanden. Ich mache alles nur noch schlimmer. Unsinn. Du wirst deine Verbündeten finden. Arbeite mit ihnen. Und du wirst noch mehr du selbst werden. Schluss damit! Da wirst du überwältigend. Ich brauche deine Hilfe. Jetzt zwing mich nicht zur Bette. Lässt du mich rein? Alle spielen bloß ihre Rolle. Das X-Market einen Ort. Testen Sie sich. So eine Frechheit! Solltest du nicht auf dem Mädchen-Porsionat sein? Wer hat dich nur so zu kämpfen gelehrt? Auch das wird Mutter beantworten müssen. Andreas Fiskor Schickle ist. Und du wirst dich jetzt nicht so zu werden. Aber ich bin der Werke wieder integriert. Vielen Dank.